Auf die eine Teamseite kann. Ich durfte nicht. Ich auch nicht. Nein, ich bin doch bei euch auch. Ruhr Imre ist bei uns, wir gewinnen! Das glaube ich nicht. Wir starten dann wieder als Terrors, oder was? Ja. Geisel-Rettungszone. Toll, das kenne ich noch nicht. Du bist ne Geisel-Rettungszone. Ich war noch am Kaufen. Oh, das bist du? Ja, das war ich. I don't know this map. I'm going to die a lot. Pfff. Warum könnt ihr die mich ganze Zeit? Die spawnen die ganze Zeit nur. Was kann man mit denen machen hier? Ihr müsst E gedrückt halten. Auf jeden Fall, das war E. Dann befreit ihr die. Das sind die, die so... Das sind die, die auf Blot hocken. Und in so einer Zwangsdinget sind. Kannst du mit E aufheben. Aber da wir halt grad in der... Da wir grad in der Warm-Up-Phase sind, kannst du das nicht machen. Oh, wir sind in der Warm-Up-Phase. Das heißt, du kannst coole Sachen kaufen. Ja, du kannst coole Sachen kaufen. Kann man nicht immer coole Sachen was kaufen. Du kannst dir immer ne Igel kaufen. Du und die Igel, Alter. Heiratet in die Durche. Nein, nein, nein. Das ist so. Bad hast du dir Komar schon eingegeben? Äh, warte. Yay, Qbert, das haben wir echt gut gemacht. Was passiert, wenn ich dem Typen in den Fuß schieße? Nope, 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 nope. Sein Fuß stirbt. Sie haben eine Geisel verletzt. Ach Leute, ich bin doch hier grad am Schrauben. Schrauben, Schrauben. Schrauben. Oh nein, wer hat mich geholt? Imre, Alter. Elch. Frozen, official. Ähm, warum sind wir immer noch nicht alle in den richtigen Teams eigentlich? Weil Bad die Kommands noch nicht eingegeben hat. Ah, geil. So, jetzt können wir rüber. Gibt es irgendwie... Wie zur Hölle kann man denn... Ach, wie waren das? Hier ging es raus und dann war links. Ich muss mich erstmal die ganze Scheiß-Matchen auslösen. Hier ist ein ganzes Regal voller Waffen. Hilf euch! Rina, komm rüber! M drücken, M drücken, M. M. Genau. So, jetzt muss noch dieser Lico... See, rüber. Neul, Alter. Ist jetzt ein Ernest? Den S hol, ey. Ach, sozial. Diese Waffe macht keinen Sinn, diese Glock. Das geht ja gar nicht. Diese Waffe macht betroffen, Steve. Irgendwo wird geschossen. Ich seh, wo. Wurde getötet. Das ohne Grund. Na, das halte ich für ein Gerücht und für eine Lüge. Gibt immer einen Grund. Das ist ein Random-Kill. Ich war sogar innocent. Ich war ganz verletzt. Ich hab ihn getötet! Warum hab ich die nicht getötet? Ich bin so langsam. Ich bin so langsam. Was war das denn? Was machst du denn? So langsam, so langsam. Keine Ahnung, Swarmapart. Es gibt keinen Team-Kill. Mann! Ich hab grad eine Sache gekauft. Warum sterb ich denn schon? Guck mal, den Echo zerwixt. La 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 la. Und den Zero zerwixt. Nein! Ecke, du Fotze. Meine Leiche ist durch die Decke geglitscht. Jetzt kommst du nicht mehr raus, Gina. Das klingt ein bisschen sexy. Boah! Du, was geht denn hier? Ich will mitmachen. Ah! Nein, würde ich lieber... Stech! 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 Alter, was hier für... Jetzt bin ich tot. Toll. Genau. I didn't do it. I didn't kill... Achso, jetzt geht's ja. Jetzt geht's ja los, oder was? Nein, davon noch nicht. LoL, was zur Hölle? Der Bullshit-Macbeth ist alles weggebixt. Drei! Zwei! Eins! Oh my god! Zehn! Neun! Acht! LoL! Fünf! Drei! Sieben! Zwei! Eins! 48! Hä? Desert Deagle! Eine! Hazard Neagle! Snazzled Smeagle! Dicker Schneeple! Dicker Schneeple! Hey! Ha! 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 Sie lachen natürlich! Sie lachen natürlich! Sie lachen! Wir müssen verteidigen! Naja! Wir müssen die Geisel verteidigen! Ich gehe aufs Dach! Darf ich sie erschießen? Darf ich sie erschießen? Oh ja, bitte! Nein, darfst du nicht! Alter! Was passiert, wenn ich dir erschießen? Sind die Geiseln? Wir müssen die Geiseln verteidigen? Die Dumme sind doch aber... Terroristen! Terroristen, die die Geisel entführt haben! Ja, das macht Sinn! Wo schießt ihr denn? Ich gehe trotzdem einfach übers Dach! LOL! Was? Ich habe ihm doch eindeutig mehrfach ins Knie geschossen! Einer kommt oben durch ne... Ja, genau! Hab ihn schon! So ne Fotze! So ne dumme Fartfotze! Ich hab einen geschötet! Fertig! Ich muss nachladen! Ähm, ja! Ich hab nur noch 8 Health! Ich will nicht sterben! Yes! Wir sind voll die haften Ficker! Wir haben gegen Noobs gewonnen! Sagen wir es mal so... Diese Seite, auf der wir hier spielen, ist bei Meilen besser! Mhm, glaube ich sogar! Das heißt, wir hören auf, dass wir die Runde gewechselt haben! Easy! Das ist der Plan! Damit ich kann labben! Scheiße, die haben die auch gar nicht! Ja, Flor, Alter! Am Arschschiff! Wirklich! Nicht gegen dich mehr! Alright! Night 1704! Hau rein! Hau rein! Hau rein! Wer haut rein? Achso! Ich spoiler mal ganz kurz! Ich werde jetzt am gleichen Punkt kämpfen wie davor auch! Ich hab mir Frozen geholt! Oh Shit! Oben geht einer lang! Draußen oben auf der Straße! Und unten ist auch einer! Nämlich Floor! Die kommen gleich rein! Die kommen rein durchs Rolltor! Durchs Rote! Okay, gleich! Ich bin gleich da! Ich bin hier! Ich bin hier! Ich bin hier! Genau! Und da sind zwei! Und zwar einer quasi auf der Höhe wo du hingezielt hast und einer auf der Höhe! Oh lol! Nice keyword! Auch wenn das ganz schön lame ist, aber egal! Von links! Von mir links! Von irgendwo anders! Was? Wieder uns reinziebt Digi! Schon ein besser Typ ey! Was macht der? Er sitzt oben im Gang und hat schon wie viele? Zwei oder drei? Zwei ne? Zwei Leute mit Camping geholt! Nice! Ich hab Lust rauszulaufen, aber dann sterbe ich wahrscheinlich! Dann lauf doch raus! Und draußen! Geil! Nice! We did a win! Ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass das hier so OP ist! Wir werden ja wie gesagt abkotzen, wenn wir dran sind! Ja! Die Seite ist ziemlich stark! Wir kotzen überhaupt nicht ab, Alter! Wir erschießen einfach alle! Also nicht vergessen! Wir sind Camper! Wir sind Camper! Ja! Und scheiß auf Splash Objective! Ganz ehrlich! Wir spielen einfach Team Deathmatche! Scheiß drauf! Ja! Kommt einer mit raus und beschützt deckt oben? Ich decke wieder oben! Nee, nee! Einer der mit mir rauskommt! Nein! Raus! Bist du doof, Mann! Nein, Mann! Ich will nicht rausgehen! Ah! Fuck you, Thor! Du bist durchs Rolltor raus, ne? Ja! Und oben ist einer! Und unten ist einer! Da kommt gleich eventuell... Eko ist drinnen! Eko ist zum Lüftungsschacht! Nein! Ich hab doch noch auf ihn gekrossen! Ey, Leute! Zum Lüftungsschacht! Lüftungsschacht ist Eko drin! Ja, ich weiß! Gerade zum Sturmtochter drauf da! Nice! Eko ist da! Nice! Eko ist down! 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 Eko! 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 Ne, ne! Eko! Ne, ne! Eko! Oh! Wie ich den in 0,5 Sekunden gehetshottet habe! Ich bin schwerst beeindruckt! Weggehört! Das hat mir sehr, sehr gut gefallen! Guten Abend! Ich müsste eigentlich streamen, ey! Ja, ich guck die ganze Zeit! Ja, ich guck die ganze Zeit! Ich guck dir auch die ganze Zeit! Also nicht die ganze Zeit, aber viel! Ja, ich bin gut, ne! Ich guck dir am liebsten bei Sturmtochter! Oh Gott! Wieso bin ich hier oben auf einmal? Was? Du läufst voll verpeilt wie die Gegend, so voll witzig! Stimmt doch gar nicht! Ich hab drei Leute gefällt! Was ist los mit dir? Echt ne? Aber wirklich Steve! Er schießt mal als will! Floor ist übrigens draußen oben, glaube ich! Da oben ist er! Um rechts, um rechts, um rechts! Geiler! Floor ist draußen! Direkt auf der Straße! Egal, er hat ja nur noch 20 Sekunden! So what? Steve, er ist weiter rechts! Links meinst du? Rechts! Ne, rechts! Oh! Ah fuck! Deadnessniper! Steve, warte einfach bis er vorkommt und dann gib ihm! Ah, links! Ah, links, links! Hast gesehen? Mit eh gedrückt halten! Wenn du den jetzt holst übrigens! Was zur Hölle! Egal! Steve hat sich nochmal geopfert zu Steven! Du musst eh gedrückt halten und dann musst du mit der Geisel zurück zu deinem eigenen Spawner! Ah, als ob die nicht von alleine rennen können! Nee, du musst sie tragen! Die sind dann auf deinem Rücken! Rücken! Echt jetzt? Ja! So konnten die auch alleine rennen! Ja, konnten sie! Jetzt sind sie mittlerweile behindert! Ja, klar! Warum haben wir behinderte Geisel? Nein, ich bin runtergefallen! Nein, ich hab nur noch 76! Weil du unter Teamnieder bist! Nein! Oh Gott! Warum konnten wir uns keine normalen Geisel holen? Nein, wir mussten uns behinderte holen! Aber wir sind doch... Ist das nicht gut für uns? Oh Gott! Die sind... Ja! Floor ist wieder draußen! Ah, so ne Fotze ey! Das war sehr doof von hier! Ja, Floor steht wieder an der gleichen Stelle wie vorher! Da kommt einer! Da kommt einer! Pass auf! Dann kommt er wieder nicht rein! Der doore figgerig! Lol! Was ist das denn bitte gewesen? Natürlich! Alter! Snappy! Deine Mausbewegungen haben gerade perfekt auf meine Mausbewegungen gestimmt und das war gruselig! Ha! Kübert schon! Luftschacht! Lame-o! Ich muss mir unbedingt merken, dass man während man schießt... Kübert recht recht recht! Mann Floor, was ist denn das? So ein Ficker! Kann der auch ein Spiel nicht? Was hat denn der für ein abgewichstes Drecks-Aiming, Alter? Kommst raus, tot! Geh nicht da runter, Snappy! Nee, das Wort, was du meinst, ist gut! Ja! Skill! Ist das SirPay a lot? Nee! Das ist der, der letztes Mal bei Chivalry alles zerwichst hat! Genau! Floor ist ne gute! Wie hieß der andere gute? Floor und? Latrator! Latrator? Nee, Latrator war SirPay a lot! Snappy! Ähm! Hinterher! Oben sind zwei! Nein! Wir hatten noch... Nein! Ich möchte... Schmick vor dir! Schmick vor dir! Nächstes Mal! Nächstes Mal Waffen wechseln! Dachte er, er wäre schon tot! Die Damen, die Damen, einen kleinen Tipp, ihr müsst, ihr müsst tiefer zielen! Ihr müsst auf die Füße, auf die Füße zielen! Weil... Auf die Füße? Ja! Ja, auf die Eier und so, mehr Richtung Eier! Und woran liegt das? Weil ihr so... Nene, ihr müsst das, dass die Waffe zieht hoch, das müsst ihr mit einberechnen! Okay! Also sie schießt nicht dahin, wo der, ähm, der Zweigartner ist! Na gut! Okay! Aber ich hab... Nachdem mir das irgendwann mal einer gesagt hat, hab ich auf einmal Leute getötet! Das war damals so krass für mich! Das hat bisher eigentlich ganz gut funktioniert! Jaja, aber jetzt dann... Du wirst dann noch mehr Leute töten! Okay! Oh! You're gonna get even better! I'm gonna get even better! Da kommt ne Flash! Da kommt ne Flash! Flash, Flash! Flash! Also ich, deckst du hier die Tür? So? Dann decke ich unten den Eingangsbereich! Ich hab auch die Tür hier! Oh nein! Unten haben sie auf die Reifen gebombt! Oh! Die dummen Ficker! Ich hab keinen Namen! Der arme Reifen mit Greif Reif! Wir haben alle Namen! Oh! Hier kommt jemand rein durch die Tür? Alle sind bei mir Namen! Ich bin so dumm! Ich bin so dumm! Warum geh ich da? Ja! Oh! Was? Aber da kam gar keine Vernachrichtigung da! Oh! Shit! Kommen sie von oben? Und beim... Ich weiß nicht wo es herkommt! Beim roten Tor! Ich auch nicht! Ey, die machen jetzt voll die Taktik, man! Ah fuck! Das ist der beim roten Tor! Oh lol! Durch die Tür am Rand! Ja, die können oben durch die Fenster, die können aufs Dach und so weiter! Herzhaft! Ja! Holy Guacamole! Hier sehen wir das, Leute! Hier du Puss, schieß doch auf den! Nein! Mann! Ich wollte... Ich wollte es genießen! Wie viel kann man da reinhalten? Du musst nach unten ziehen, Flo! Außerdem waren da zwei Flo, die haben sich abgewechselt beim Damage! Ja, kann ja sein, aber trotzdem! Oh Gott, ich kann mir meine Waffe nicht leisten! Was kaufst du dir denn? Was willst du für einer? Die Acker sind... Ach scheiße! Ich trottel, ey! Snappy kommt zu mir rübergelaufen! So! Wenn ich verkaufst... Direkt gegenüber dir! Steve! Ja! Because it seems fun! Ich stehe einfach nur rum! Draußen? Warum draußen? Oh nein! Du hast das schlöst! Nichts! Wir dürfen uns nicht töten lassen, die müssen zu den... zu den Dings hier kommen! Oh war ein Flashbang! Hast du die? Die war sehr gut, die Flashbang. Ich wette draußen, oben steht schon wieder Floor, die dumme... Links steht einer. Ab ihn. Ist tot, ja. Ah, ich bin tot. Ich will mal rausgehen und gucken, ob Floor da ist. Ich sag jetzt meine letzten Worte. Eiersalat. Bist du gerade echt einfach instant gestorben? Ja. Du gehst raus und Floor schießt dir einfach im Kopf. Vor allen Dingen hat er mir auch wirklich einen Header verpasst, ne? Ja, natürlich. Ja, darunter läuft nichts. Nö. Ist das ein sicker Bastard, ey. Dieser Typ ist so krank. Wow, war das der wirklich da, Frozen? Stand ja da, wo ich da oben stand? Noll. Tatsächlich. Noll. Wow. Krass. Floor. Teufel.